Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit der iPad-App WavePad Audio Editor Free ganz einfach Aufnahmen erstellen und diese dann exportieren kannst. WavePad hat zwei grundlegende Funktionen und die sind auf zwei unterschiedlichen Bildschirmen oder Screens untergebracht. Den ersten Screen, der ganz einfach aufgebaut ist, sieht man direkt nach Öffnen der App. Man sieht ihn jetzt hier vor sich. Er enthält einfach nur die grundlegenden Bedienelemente zum Starten und Stoppen einer Aufnahme und falls vorhanden, eine Liste der vorhandenen Aufnahmen. Ich mache hiermit jetzt mal eine Beispielaufnahme, um zu zeigen, wie das funktioniert. Ich drücke zuerst den Aufnahmeknopf und kann nun direkt lossprechen. Hiermit mache ich nun also eine Beispielaufnahme, um zu zeigen, wie das funktioniert. Wenn ich die Aufnahme beenden will, drücke ich auf Stop. Ich kann sie auch pausieren mit dem Pause-Button. So ist die Aufnahme pausiert. Erneutes Drücken des Aufnahmeknopfes schaltet zurück in den Aufnahmemodus. Wenn ich die Aufnahme beenden möchte, drücke ich Stop. Damit ist die Aufnahme nun beendet. Wenn ich zurück möchte zum Übersichtsbildschirm, klicke ich rechts oben auf Done. Nun sehe ich in der obersten Zeile eine Aufnahme, die ist mit Recording 4 benannt, weil ich zuvor schon weitere Aufnahmen gemacht habe. Und nun könnte ich mit dieser Aufnahme weiterarbeiten. Wenn ich mit dem Finger nach links streiche, sehe ich, dass zwei Buttons auftauchen, nämlich Rename und Delete. Ich könnte diese Aufnahme also jetzt umbenennen. Das mache ich mal. Außerdem könnte ich die Aufnahme mit dem Delete-Button löschen, sollte sie mir nicht gelungen sein. Man sieht jetzt auch die grundlegenden Eckdaten der Aufnahme, nämlich wann sie aufgenommen wurde, wie lange sie ist, wie groß die Datei ist und so weiter. Wenn ich nun auf diesen Pfeil hier rechts oben klicke, dann komme ich zum zweiten Screen und zum weiteren Funktionsumfang der App. Sie ist nämlich nicht nur ein Aufnahmegerät, sondern auch eine Bearbeitungssoftware für die Audiodateien, die man aufgenommen hat. An diesem Beispiel möchte ich jetzt nur ganz grundlegende Funktionen zeigen, weil natürlich die Bearbeitung sehr vielfältig sein kann. Es soll jetzt hier aber nur darum gehen, wie man die einfachsten Bearbeitungsschritte durchführt. Du hast ja vorher gemerkt, dass ich zwischendurch gehustet habe. Das war nicht zufällig, sondern Absicht. Das kann ja immer mal wieder vorkommen bei einer Aufnahme, dass man sich räuspern muss oder husten muss. Und man sieht den Huster jetzt hier auch als großen Ausschlag auf dieser Linie und den möchte ich jetzt gerne rausschneiden. Dazu nehme ich einfach meinen Finger und markiere die Stelle, wo der Huster ist, mit der Stille davor und danach. Ich kann jetzt einfach den Delete-Button verwenden, um das Ganze rauszuschneiden. Somit ist diese Stelle einfach draußen und die Aufnahme wurde um die entsprechende Dauer gekürzt. Ich mache das mal rückgängig, um noch eine zweite Möglichkeit zu zeigen. Ich kann nämlich mit dem anderen Button hier weiter rechts auswählen, Silent Selection. Also das heißt, diese Auswahl nicht rausschneiden, sondern einfach mit Stille ersetzen sozusagen. Damit habe ich dann die Aufnahme in der gleichen Länge, wie sie zuvor war. Nur habe ich eben dieses Geräusch draußen und dann stattdessen Stille. Im Grunde war das mit der Stille jetzt aber doch nicht so geschickt. Das heißt, ich möchte das doch lieber draußen haben. Ich nehme also einfach wieder meinen Finger, markiere die Stelle und sage Delete, sodass die Sprachaufnahme vor und nach dem Huster einfach ohne Pause aneinandergereiht wird. Nun ist der nächste Schritt, diese Änderungen auch zu speichern. Dazu gehe ich einfach zurück in die Liste und dann fragt mich WavePad, ob ich das Ganze speichern möchte, sage ich Ja und nun habe ich meine bearbeitete oder überarbeitete Aufnahme in meiner Liste und kann sie hier zum Beispiel durch Drücken des Play Knopfes abspielen. Eine weitere Möglichkeit, das Ganze nach dem Bearbeiten weiterzuverwenden, ist es zu exportieren, also in irgendeine andere Form oder in einen anderen Ort zu bringen. Dazu habe ich den Export Button und kann jetzt hier zum Beispiel diese Datei per E-Mail verschicken oder wenn ich einen FTP-Server habe, auf den ich Zugriff habe, kann ich sie auch dorthin laden. Das möchte ich jetzt in diesem Fall nicht, deswegen breche ich hier ab und gehe wieder zurück zur Liste und wie gesagt, hier könnte ich meine Aufnahmen nun anhören. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und wenn du an anderen Erklärvideos zu ganz verschiedenen Themen interessiert bist, kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Tschüss!